Hallo Welt! Heute ist der sechste Tag in New York. Gestern haben wir einen langen Central Park Tag hinter uns gebracht. Wir waren circa vier Stunden unterwegs im Central Park, sind mit der U-Bahn bis in den Norden gefahren und von Norden dann Richtung Süden gewandert. Davor habe ich noch eine CD gekauft am Times Square, das erste Album von Cinderkid. Ja, wurde mir aufgeschwatzt, aber ist gar nicht so schlecht, das Album. Heute machen wir ein bisschen ruhigeren Tag, weil morgen wollen wir dann noch über die Brooklyn Bridge das ganze Finanzdistrikt durchwandern und auch Brooklyn Heights und wieder sehr viel zu Fuß unterwegs sein. Was wir genau machen heute wissen wir noch nicht, wird sich aber sicherlich wieder was Schönes finden.